Wir beide werden gleich ein Gefängnis bauen und dann müssen wir versuchen, bei dem jeweils anderem aus dem Gefängnis auszubrechen. Juhu, du wirst es niemals schaffen, du Dose. Mein Gefängnis wird sowieso viel besser, Leute, deswegen lass unbedingt mal ein Abo da, denn ich werde das gewinnen. Ja, dann würde ich sagen, Braxy, es geht jetzt los. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Bauen. Du kriegst 15 Minuten. Ich werde gewinnen. Wirst du gar nicht. Ich werde gewinnen, Mann. So sieht das Ganze jetzt von außen aus, Leute. Ihr seht, ich habe jetzt einfach um mein Gefängnis überall Lava drum gemacht. Ich würde sagen, wir muten uns kurz mal und fragen mal, wie weit Braxy ist. Ähm, Braxy, ich wollte kurz fragen, wie weit bist du mit deinem Gefängnis? Hm, fast fertig. Und du? Also, ich wollte nur sagen, ich habe um mein komplettes Gefängnis Lava drum gemacht. Du wirst keine Schocks gegen mein Gefängnis haben. Lava? Das, äh, mache ich jetzt auch? Äh, ich wollte dir aber keine Tipps geben. Hör auf, mir nachzubauen. Das hatte ich schon vorher, du Dussel. Oh Mann, du Blödmann. Leute, wir dürfen Braxy nichts mehr verraten, sonst baut er uns nach. Oh, ich hätte das nicht sagen dürfen. Hm, egal. Ich würde sagen, wir bauen weiter, denn hier kommt jetzt ein richtig krasser Eingang hin. Okay, so sieht das Ganze von außen aus und ich glaube, das Gefängnis sieht schon mal richtig gut aus, Leute. Dagegen wird Braxy keine Chance haben. Wow, okay. So, Leute, jetzt würde ich sagen, kommen wir zur Innenrichtung. Aber ein klitzekleines Teil habe ich noch vergessen und zwar muss das Gefängnis ja auch bewacht werden, Leute. Denn ich würde sagen, mein Gefängnis braucht ja auch noch ein paar Gefängniswärter. Und deshalb nehme ich jetzt hier meinen Zauberstab, zack, platziere hier einmal einen Wärter und zack. Die brauchen natürlich noch den passenden Skin, Leute. Und deshalb kriegen die von mir noch den passenden Polizeiskin, Leute. Denn jetzt habe ich richtige Gefängniswärter. Aber du Blödmann, darfst nicht in die Stachel reinlaufen. Pass auf, Mann. So, Braxy, ich bin fertig mit meinem Gefängnis. Bist du auch fertig? Ich bin sowas von fertig und zwar schon die ganze Zeit, du Dussel. Ja, ich kann ja auch nichts dafür, wenn du irgendein Dussel-Gefängnis baust. Also, meins ist schon lange fertig. Ich habe mir auch extra Zeit gelassen für dich, weil ich weiß, du bist nicht so gut im Bauen. Ja, das wirst du jetzt sehen. Ich werde dir das Gegenteil beweisen. Du wirst hier nicht ausbrechen können. Dann lass mich doch einfach mal auf deine Seite rüberkommen und dann schaue ich mir dein Gefängnis an. Lumi, bist du bereit? Ja, sag doch, ich will rüberkommen. Ich sehe dich schon, Braxy. Drei, zwei... Ja, okay, bei dir nicht. Ich will mir dein Gefängnis anschauen. Los, 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 komm. Okay, ich bin... Richtig cool, oder? Sei ehrlich, eins von zehn ist eine Zehn. Hä? Aber, Braxy... Hä? Du solltest doch ein Gefängnis bauen und kein Erdklotz. Das ist ein Gefängnis-Erdklotz. Kannst du nicht gucken? Hä? Und du hast mir nachgemacht mit dem Stacheldraht. Das war doch meine Idee. Wie habe ich denn rübergeguckt? Kann ich hier durchgucken? Sag es mir, sag es mir. Nur weil ich es dir verraten habe, musst du doch nicht gleich alles nachbauen. Oh! Oh nein! Leute, ich bin jetzt in Braxy's einem komischen Gefängnis. Stimmt ja. Ich muss jetzt versuchen, hier auszubrechen. Braxy, was hast du denn da für ein komisches Gefängnis gebaut? Das ist ein Parcours-Gefängnis. Du musst es schaffen, hier lebend rauszukommen. Los! Äh, also... Äh, gar kein Problem, Braxy. Hä? Ja, also... Ich meine, du hast ein Gefängnis aus Erde gebaut und du hast ja auch überall Laser... Oh Mann, Leute. Ah, okay. Ähm, warte mal. Ich muss jetzt versuchen, irgendwie hier durchzukommen. Okay. Äh, warte Leute. Ich muss mich jetzt hier durchducken. Oh, das wird richtig knapp. Oh! Oh mein Gott! Ein Haar von mir wurde abgeschnitten. So knapp war das, Braxy. Aber ich hab's geschafft. Dein dummer Laser konnte mir gar nix, Mann. Dann geh jetzt erstmal die Treppen hier runter. Äh, okay. Okay, jetzt warten hier noch mehr Laser auf mich. Ja, hier kann ich doch einfach drüber springen. Hä? Ja, also, Braxy, ich weiß ja nicht, was du hier für ein komisches Gefängnis gebaut hast. Ähm. Braxy, also... So, jetzt muss ich hier auch mich drunter schleichen und... Braxy, ich seh doch, dass das Treibstand ist. Ich spring da einfach drüber. Zack. Also, Braxy, dein Gefängnis war ja absolut Blödsinn. Was hast du denn gebaut? Hm, Mann. Ich hab mir Mühe gegeben. Äh, also, ich weiß ja nicht, Braxy, ob du dir wirklich Mühe gegeben hast. Ich mein, ich bin hier direkt ausgebrochen. Leute, schreibt mal in die Kommentare von 1 bis 10. Wie durst du dich ist denn sein Gefängnis gewesen? Braxy, glaub mir, du wirst staunt, wenn du gleich mein Gefängnis siehst. Glaub mir mal, du bist richtig cool. Bist du bereit? Dann los, zeig es mir endlich. Los, los, los. Braxy, du darfst rüberkommen. Drei, zwei, eins. Schau dir mein Gefängnis an. Hä? Was ist denn das? Das sieht ja aus wie so ein Center, weißt du, wo man einkaufen gehen kann. Wie ein Einkaufscenter, willst du mich veräppeln? Das ist ein XXXXXL Diamantgefängnis mit super Ausrüstung. Okay, Braxy, ich will dir aber nicht zu viel von meinem coolen Gefängnis verraten. Ich tippe dich jetzt da rein und dann musst du versuchen, aus meinem großen XXXL Gefängnis auszubrechen. Bist du bereit? Das wird ein Klacks. Das wird ein Klacks, du wirst schon sehen. So, Leute, ich hab Braxy jetzt in mein Gefängnis rein tippet. Schaut mal, da ist der Dussel einfach in seinem eigenen Gefängnis. Und Braxy, wie sieht's aus? Gefällt dir dein Gefäng... Oh, du bist so ein ekelhafter. Hör doch auf damit. Ich muss auf Klo. Äh, ich würd lieber versuchen, aus dem Gefängnis auszubrechen. Also, du kannst doch gern für... Ein Gefängnis ausbrechen? Ja, versuch doch auszubrechen, Braxy. Aber wieso? Ich fühl mich hier wohl. Oh, äh, warte mal. Oh, Braxy, du sollst das doch nicht direkt finden. Nee, er hat es direkt gefunden, mein dummes, geheimes Kistchen da. Ja. Ja, da ist ein Knopf. Oh, Mann. Dann komm doch raus, Braxy. Viel Spaß. Nee, da ist eine Druckplatte. Aber hier komm ich nicht raus. Hm. Hm. Die Torplatte macht doch gar nix, Braxy. Die ist nur zum schönen Ausgehen da. Ha! Ja, was? Ha! Die macht doch gar nix. Aua, aua. Es hat funktioniert. Kommt schon, Polizisten. Meine Gefängniswärter schnappt ihn euch. Nein, nein, nein. Lasst mich in Ruhe. Und? Oh, kommt schon. Perfekt. Ha! Leute, er hat gedacht, er kann mein Gefängnis austricksen. Aber es hat funktioniert. Er wurde abgeschossen und wurde gefesselt. Das war wohl nix, Braxy. Hm. Das tut mir echt leid für dich. Du kriegst einen nächsten Versuch. Komm schon, versuch doch auszubrechen. Ha! Du wurdest wieder gefesselt. Kommt schon, meine Gefängniswärter. Schnappt ihn euch. Nein, nein, nein. Hier wird man ja gefesselt. Das ist doof. Kommt schon. Schnappt ihn euch. Ha! Oh, ihr seid die Besten. Leute, mein Gefängnis ist einfach viel zu sicher für Braxy. Hm, Braxy, komm. Du kriegst noch einen Versuch, okay? Versuch auszubrechen. Komm schon. Ha! Versuch den Druckplatz. Das war wohl nix. Mann, jetzt bin ich gefangen für immer. Hm, komm schon. Ich helf dir. Ich mach die Druckplatte weg, damit du eine bessere Chance hast. Okay? Okay, los. Dann muss ich dir auch noch die dummen Fesseln abmachen. Komm. Warte. Zack. Okay, Braxy. Aber jetzt wirklich. Jetzt versuch wirklich auszubrechen. Und... Ha! Das war nix. Das war wohl nix. Ha! Mein Laser hat ihn aufgehalten. Und meine Raketenwerfer sind auch aktiv. Ha! Braxy, was machst du denn da? Versuchst du etwa auszureißen von meinen Gefängniswärtern? Ah! Nein! Guckt euch das an, Leute. Meine Raketenwerfer schießen direkt auf Braxy, sobald er ausbrechen will. Hm. Braxy, komm. Ein Versuch kriegst du noch. Wenn du es jetzt nicht schaffst, dann hast du ein für alle Mal verloren. Nö. Ich bleib hier sitzen. Du würdest mir also sagen, dass du für immer hier im Gefängnis drin bleiben möchtest? Ja, ich hab ne Toilette. Ich hab ein gelbes Bett. Ich hab einen Osten. Ich hab alles, was ich brauche. Okay, wie du meinst, Braxy. Braxy, dann würde ich sagen, ich wünsch dir ganz viel Spaß in deinem neuen Zuhause. Du wolltest es so. Du bleibst jetzt für immer hier drin. Reingelegt. Ah, jetzt muss ich raus hier. Das wird nichts, Braxy. Meine Raketenwerfer schießen dich ab. Leute, ich glaub, mein Gefängnis ist wirklich einfach zu sicher für Braxy. Ihr seht, ich hab hier meine blaue Seite mit meinem eigenen blauen Boot. Und da drüben ist Braxys Seite. Der hat auch ein Boot, aber seins ist gelb. Aber, Leute, also ich weiß nicht, aber ich find blau viel besser. Aber sagt das Braxy nicht. Also, Leute, schreibt ihr mal unbedingt in die Kommentare, was findet ihr cooler, gelb oder blau? Aber, äh, Braxy, du bist grad auf der falschen Seite. Geh schnell auf deine Seite. Du musst zu gelb gehen. Ah, blau ist voll blöd. Äh, nein, blau ist viel besser. Ich würd sagen, Leute, wir kriegen jetzt 15 Minuten Zeit, um hier eine richtig große Rutsche zu bauen. Und einen kompletten Wasserpark. Braxy, ich wünsch dir ganz viel Spaß beim Bauen jetzt, okay? Danke, tschüss. Du wirst verlieren. Braxy, wie ich sehe, bist du auch fertig mit deiner, äh, komischen, äh, Wasserrutsche-Dingens da? Also, ich bin ja jetzt auch fertig mit meiner Seite. Aber, ich glaube, ich möchte bei dir anfangen, äh, Braxy. Okay. Ähm. Ich hab nur geguckt, ob alles passt. Und alles sollte passen. Das ist die coolste Wasserrutsche, die du je gesehen hast. Mit einem freien Fall von 100 Meter. Ja, okay, Braxy, dann würde ich sagen, äh, ich geh jetzt in den Gameboard 0 und dann teste ich deine Wasserrutsche mal, okay? Okay, ich mach hier hinten Wasser für dich. Soll ich mit aufsteigen? Äh, ich, ich, ja, kannst du machen, aber ich krieg da schon alleine hin. Okay, dann steig schon mal ein und mach den Motor an. Ja, ich will dein dickes Motorboard nicht. Ich will mein eigenes Boot benutzen, Braxy. Weil dein Boot ist bestimmt manipuliert. Das ist viel besser so, oh Gott. Äh, äh. Los geht's! Ich bin sicher, dass ich das jetzt machen soll, Braxy. Ich getrau mich irgendwie nicht. Doch, trau dich. Das ist nur ein freier Fall. Ist nicht Schlimmes. Ich hab's schon getestet. Oh, Mann. Leute, wir fahren jetzt die allererste Wasserrutsche meines Lebens. Seid ihr bereit? Wenn ja, lasst jetzt ein Like da. Okay, es geht los. Drei, zwei, eins und... Oh Gott, Braxy. Oh. Halt dich fest. Oh, hier geht's ja sogar zur Seite. Oh. Oh Gott, was hast du denn da gebaut, Braxy? Juhu, und jetzt, pass auf. Und festhalten. Los. Oh. Aua, mein Bauch. Das hat weh getan, Braxy. Ach, das ist doch cool. Bisschen Adrenalin. Geht's dir gut da hinten? Mir geht's super los. Okay, es geht weiter. Und, und, oh. Oh, äh, oh. Komm hoch. Du hast es kaputt gemacht, du Dukor. Nein, das geht doch gar nicht. Man kann doch mit dem Brot, nicht, Wasser hochfahren, Braxy. Das funktioniert doch gar nicht. Aber das, ich dachte, das funktioniert. Dann mach ab hier. Dann mach ab hier. Gib mir ein neues Boot. Ey, guck mal. Leute, was ein Dussel, Braxy. Ich dachte, man kann einfach hochfahren. Der wird gleich sehen, wenn er meine Wasserrutsche sieht, dass ich meine viel besser gebaut habe. Dann komm ab hier. Äh, ich, ich komm doch schon, Braxy. Oh, äh, du bist ja ein richtiger Dussel. Das Boot haut einfach ab. Das hat Angst vor dir. Hier. Oh, okay. Steck auf. Okay, okay, Leute. Es geht jetzt ab hier weiter. Und am Ende gibt's eine Kiste für dich mit einer kleinen Überraschung sogar. Und... Ui. Oh. Ah. Hilfe. Du Doof, Mann. Oh, Mann. Was ein Blödmann. Der hat mich veräppelt. Ja, aber wir haben sowieso viel mehr fallen, Leute. Ich muss jetzt schnell wieder zu Braxy rennen. Wo ist der eigentlich? Der ist ja unten, der Blödmann. Na, warte. Ich werde jetzt hier runterspringen. Oh, oh. Oh, das hat wehgetan. Komm, du musst unbedingt in die Kiste reinschauen. Das ist eine Überraschung für dich. Oh, du Blödmann. Was hast du da reingemacht? Braxy, ich weiß nicht, ob ich mir das anschauen soll. Am Ende hast du irgendwas Böses reingeschrieben. Nein, du bist doch mein bester Freund. Ich würde sowas niemals reinschreiben. Das ist was Nettes. Oh, ich weiß nicht. Soll ich da wirklich reingucken, Leute? Ich guck da jetzt rein. In drei, zwei, eins. Und... Braxy. Oh, Mann. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Oh, Mann, Leute. Ich weiß nicht. Irgendwie... Ich zeige euch das nicht. Ich kann das nicht zeigen. Aber ihr dürft in den Kommentaren raten, was Braxy reingeschrieben hat. Und der, der es richtig errägt, der... Du bekommst dein Herz von mir auf seinen Kommentar. Aber jetzt erst mal schnell zu meiner Seite. Denn Braxy wird bestimmt gar nicht an, was da abgeht. Oh, Mann. Das wird so cool, Leute. So, Braxy. Du bist jetzt hier auf meiner Seite. Ja. Bist du schon bereit für die... Ich bin... Äh, 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 ja. Aber Braxy, dafür brauchst du natürlich erst mal ein Boot hier. Aber bevor du losfährst, frage ich dich. Bist du in einem guten Zustand? Fühlst du dich wirklich wohl, um dir diese krasse Wasserparkrutsche zugute zu führen? Ja! Ich kann's kaum erwarten. Let's go! Ah, okay, Leute. Wie ich sehe, hat Braxy Lust, loszufahren. Aber bevor er losfährt, müssen wir erst mal schnell unsere Kolbe aktiviert. Oh, mein Gott. Das wird so lustig. Ah, okay, Braxy. Bist du bereit? Ja! So, dann würde ich sagen, Braxy, mögen die Spiele beginnen. Du darfst losfahren. Oh, Mann. Das wird so cool, Leute. Oho. Oho. Vorsichtig. Uhu. Und. Oho. Braxy. Aua. Ich komme hier nicht durch. Oh, mein Gott. Ich drehe mich im Kreis. Ich drehe mich im Kreis. Es funktioniert, Leute. Braxy, wird hier schon schwindelig? Bisschen. Oh, ich will hier nicht runter. Okay, Braxy, mal schauen, ob du meine Gewehr... Oho. 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 Leute, es hat funktioniert. Braxy wurde direkt umgebracht von meinen Gewehren. Richtig cool. Oh, mein Gott. Was war das denn? Braxy, wo bist du? Na, warte, wenn ich hochkomme. Braxy, da bist du ja... Äh, sag mal, was ist denn da los gewesen? Das war ein Gewehre, du Doofkopf. Äh, ups, dafür kann ich ja nichts. Weil ich so nett bin, gebe ich dir eine Diamantenrüstung, damit du eine bessere Chance hast, okay? Besser ist für dich. Los, gib mir ein Boot. Ja. So, nächster Versuch, Braxy. Ey, das gibt es doch nicht. Aha. Er ist wieder gestorben. Ich glaube, wir haben unsere Rutsche einfach zu gut gebaut, Leute. So, Braxy, ich habe jetzt für dich extra die Gewehre weggemacht, weil du ja ein Dussel bist und sonst gar keine Chance hast. Aber jetzt, mein Freund, stehst du vor der Wahl. Denn du hast hier einmal Lava und das Wasser. Welchen Weg wählst du denn, Braxy? Hä, ist doch klar. Natürlich nehme ich das Wasser. Denkst du, ich bin doof? Äh, okay, ja dann, Braxy, wünsche ich dir mal ganz viel Spaß mit dem Wasser. Was ist das? Nein, hör doch auf, Lumi. Das ist Fake-Wasser. Ups, da ist Braxy wohl wieder. Oh, naja, ihr wisst schon. Upsi, es hat perfekt funktioniert. Na, warte. Äh, oh, oh, nein, 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 bitte nicht, Braxy, die schon wieder eine Granate. Äh, äh, oh, ich dachte schon, äh, pack das weg, Braxy, du machst hier kein Er... Ha, das war eine Warnung. Das war knapp, Mann, pass ja auf. So, schau mal, da ist dein nächstes Boot. Und ich würde sagen, ich überlasse den Rest einfach mal dir, was du machst, Braxy. Oh, das Wasser ist grün, das gefällt mir nicht. Oh, oh. Komm, Schutz, ja. Oh, oh, du drehst dich im Kreis. Oh nein, ich bin mir schwindelig. Lumi, was hast du gemacht? Der Stude saugt dich ein, Braxy. Oh, es funktioniert, Leute. Braxy ist voll im Strudel drin. Oh, dein Kopf macht hier richtig fax. Braxy, ist hier schon schwindelig. Hier ist schwindelig, oh, oh, oh. Oh, hier wird runtergetrieben. So, Braxy, du bist unten angekommen. Tja, wie geht's jetzt weiter für dich? Das hast du mir schweig gemacht. Ich weiß nicht, aber die Ventilatur, es funktioniert. Oh nein. Oh mein Gott, es hat funktioniert. Meine Winterskelette haben Braxy umgebracht. Weil die Ventilatoren haben ihn ins Loch reingeschubst. Es lief alles nach Plan. Richtig gut, Leute. Boah, die Wasserrutsche ist ja Hammer. Deswegen würde ich sagen, Braxy, komm, du kriegst noch eine letzte Chance. Jetzt streng dich aber wirklich mal an. Komm schon, Braxy. Kann ich dir denn auch vertrauen? Kannst du, Braxy. Kannst du wirklich. So, Braxy, dreh dich um. Das jetzt. Sag ich dir ehrlich, ist jetzt wirklich, wirklich, wirklich deine letzte Chance. Du musst dich nämlich jetzt entscheiden. Entscheiden? Ja. Also, ich überlasse dir mal den Sprung, Braxy. Oh, oh, oh. Oh, ich nehme die Diamanten. Ist doch klar. Oh, Leute. Ja. Es hat funktioniert. Er ist explodiert. Oh, Mann, war das richtig cool. Das hat richtig, richtig bumm gemacht. Also, Braxy, das Schild mit du hast es geschafft ist dann leider Geschichte. Denn du bist zu oft gestorben. Braxy packt das. Nö. Oh, du hast mich reingelegt. Ey, Braxy. Oh, Leute, ich kann es nicht fassen, dass Braxy meinen kompletten Wasserpark kaputt macht. Er ist so gemein. Er macht alles kaputt. Oh, Mann, jetzt bin ich traurig. Mann. Leute, schreibt ihr jetzt... Ah! Ah! Schreibt ihr jetzt in die Kommentare, welchen Wasserpark ihr besser findet. Aber meiner war viel besser als Braxy-Signer. Aber egal, ich gehe jetzt. Ich habe keine Lust mehr. Yo, was geht? Was geht, Lumi? Oh, bei mir ist alles gut. Gut, ich hoffe bei dir auch. Guck mal, du siehst, ich bin blau. Deshalb baue ich heute mit Diamant. Und du bist gelb. Und deshalb baust du heute mit Gold. Richtig. Und ich werde dich fertig machen. Äh, du wirst mich fertig machen? Das werden wir ja noch sehen, Leute. Braxy, bist du denn fertig mit deiner Gold Base? Oh, ich bin fertig, aber ich bin nicht zufrieden. Ah, das ist jetzt zu spät. Denn ich werde mir deine Base jetzt anschauen kommen. Haha! Okay, komm. Aber nicht lachen. Oh, Leute. Ihr könnt ja dann entscheiden, welche ihr besser findet. Aber guckt mal bitte hinter mir, Leute. Ist das nicht hammer cool geworden? Boah! Okay, Braxy. Ich komm rüber. In drei, zwei, eins und tadaa! Hey! Wow! Willkommen zu meiner Pyramide. Äh, du hast also eine Pyramide gebaut, ja? Hm, wie in Ägypten. Die coole Pyramide. Die haben auch ganz viel Gold. Okay, Leute. Wir, äh, sind nicht so voreilig. Wir schauen uns das Gebaute einfach mal ganz in Ruhe an. Also, Braxy. Du hast eine Pyramide aus Gold gebaut. Und ich muss sagen, das Gold sieht auf jeden Fall richtig hochwertig aus. Also, da kriegst du volle Punkte. Dann, du hast hier so Kakteen verbaut um die Pyramide, damit sie geschützt ist. Das ist auch keine schlechte Idee. Allerdings muss ich sagen, Braxy, Kakteen sind nicht aus Gold. Hm, die sind einfach so gewachsen. Ich kann da nichts für. Oh, Leute. Das müsst ihr jetzt entscheiden. Würdet ihr Braxy einen Punkt abziehen, weil er mit Kakteen gebaut hat? Eigentlich ist das gegen die Regeln. Das müsst ihr entscheiden. Wenn ihr wollt, dass Braxy einen Punkt abgezogen bekommt, kommt, lasst jetzt mal ein Like da, Leute. Ha! Halt, stopp! Wir haben gesagt, wir bauen die Base in Gold. Aber nicht, dass wir, äh, nichts außen herum in Grün machen dürfen. Die Base ist in Gold. Oh, weiß ich nicht. Lass uns doch mal den Innenraum angucken. Oh, warte mal, Braxy. Hier brauche ich glatt eine Fackel. So. Boah. Also, ich muss sagen, das hast du cool gemacht, weil du hast einen richtigen Innenraum in deiner Gold-Pyramide. Hm, schau mal, wir haben hier sogar ein goldenes Sofa und einen goldenen Fernseher. Ja, das sieht ehrlich nicht schlecht aus mit dem Sofa. Das gefällt mir ehrlicherweise. Dann hast du hier eine Treppe. Wo fühlst du denn hier nach oben? Wow. Das ist mein kleiner Raum, wo ich mich hier hinsetzen kann und aus dem Fenster alles beobachten kann. Schau. Oh, aber das Fenster ist ja undicht, Braxy. Natürlich, weil die Pyramiden doch damals auch undicht waren. Ich hab das versucht, so nah wie möglich zu machen. Ich hätte natürlich auch anderes Glas benutzen können. Hab ich aber nicht. Das klingt für mich irgendwie nach einer Ausrede. Na, egal. Lass uns mal weiterschauen. Du hast ja hier auch noch einen Raum. Na gut, dann schauen wir einmal. Oh, was hast du hier denn für einen Raum gebaut, Braxy? Das ist unser Besprechungsraum. Hier kann ich mich mit meinen Freunden treffen und wir können was Cooles besprechen. Hm, ich verstehe. Also Leute, ihr müsst jetzt in die Kommentare schreiben von 1 bis 10, wie cool findet ihr Braxy seine Gold-Base. Also ich, Braxy, sag dir ganz ehrlich, würde dir eine 6 von 10 geben. Hä, warum nicht eine 8 wenigstens? Ich hab mehrere Räume. Ja, ich find dafür im Verhältnis ist meine Diamanten-Base einfach zu cool. Apropos, Braxy, du musst jetzt dran. Du musst meine Base bewerten. Bist du denn schon bereit dafür? Hm, ich kann's kaum erwarten. Los, los, los. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, wird Braxy jetzt meine Diamanten-Base bewerten. Okay, Braxy, du darfst rüberkommen. In 3, 2, 1 und du darfst kommen, Braxy. Oh, wie cool ist das denn? Darf ich vorstellen? Das ist meine ultimative XXL-Diamanten-Burg. Die ist ja mega cool. Warte mal, die muss ich mir einmal drumherum anschauen. Also, man muss auf jeden Fall dazu sagen, alles ist exakt symmetrisch gebaut. Dass die Burg in jeder Länge exakt auf dem Block genau gleich lang ist. Jeder Block in dieser Burg ist symmetrisch und hat genau den exakt gleichen Abstand. Das heißt, die Burg wurde quasi von einem Architekten gebaut. So wie ich. Weil ich bin nämlich Architekt Lumi, weil ich so gut gebaut hab. Haha. Ich muss sagen, die sieht richtig cool aus. Aber warte mal. Du hast zu mir gesagt, ich darf keine Kakteen benutzen. Und du hast einen Lavasee gemacht. Das ist aber nicht aus Diamanten. Hm, ja, da muss ich dir recht geben. Aber man muss dazu sagen, um Diamanten und Gold herzustellen, müssen die ja geschmolzen werden. Und dazu braucht man Lava. Verstehst du? Hm, ja, das macht Sinn. Ich will deine Base mal von innen anschauen. Also innen gibt es ehrlich gesagt nicht so viel zu sehen, außer diesen echt coolen Eingang. Ja, dann hat man hier drin auf jeden Fall ganz viel Platz, um sich vor Feinden zu schützen. Und ganz in der Mitte, Braxy, siehst du nochmal einen richtig riesigen Mega-Tower. Wie cool. Und wie komm ich auf dem Tower drauf? Äh, ja, du kannst hier hochfliegen, du Blödmann. Ja, aber ein Architekt muss doch noch eine Leiter hin platzieren. Ja, Braxy, aber dann hätte ich ja eine braune Leiter benutzen müssen. Es geht ja darum, nur aus Diamanten zu bauen. Und dafür muss ich sagen, ist mir die Base echt gelungen, oder nicht? Hm, aber warum hast du nicht Diamantentreppen benutzt? Äh, weil ich die nicht gebraucht habe, jetzt hier auf rumzumeckern und bewert lieber meine Diamantenbase von 1 bis 10. Also ich muss sagen, ich liebe Burgen und die Burg ist richtig cool. Finde ich auch. Das ist echt schwierig. Du hast dich an jede Regel gehalten und ich finde die schon wirklich cool. Ähm, ich würde sagen, ich gebe dir eine 9. Eine 9? Nein, Leute, das ist ja fast so gut wie eine 10. Und bedeutet, ich hätte mehr Punkte als du. Somit hätte ich das Ganze gewonnen, Leute. Oh, mal schauen, wie ihr abstimmt. Wenn ihr Braxy seine Base cooler fandet, dann abonniert jetzt, Leute. Und wenn ihr meine cooler fandet, lasst ein Like da. Mal schauen, wie ihr euch entscheidet. Wenn euch aber das Baubattle gefallen haben sollte, lasst auf jeden Fall ein Like da, Leute. Bitte abonniert den Kanal und checkt meinen Freund Braxy in der Beschreibung ab. Und bevor ihr geht, müsst ihr noch auf das Video neben meinem Kopf hier drauf drücken. Das ist auch echt cool. Und jetzt würde ich sagen, bis morgen. Tschüss.